Ich teste 30 Tage lang anti-entzündliche, schnelle und gesunde Rezepte für den Alltag. Kennst du das, wenn du noch so ein bisschen Gemüse im Kühlschrank übrig hast und nicht weiß, was du damit machen sollst? Beim nächsten Mal weißt du es. Und zwar diese super schnellen, leckeren Gemüsebratlinge. Lass es dir schmecken.